Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. So, nach unserer kurzen Aufnahmestopp sind wir wieder zurück und ja, wir sind nicht mehr zu zweit, sondern wir haben uns einen zusätzlichen Gast eingeladen. Ja, wir haben ja vorher schon von ihm gesprochen, der Tauri6. Hallöchen. Hallo. Ja, genau. Ja, schön, dass du... Und ich bin auch wieder mit dabei. Achso, ja, ja, er auch. Ich wurde diesmal rausgekickt. Ja, wir hoffen natürlich, dass es jetzt auch mal zu dritt funktioniert und dass nicht einer von uns wieder rauskegelt und dann zuhören muss, wie die anderen weiterspielen. Ich bin mal auf Teamspiel gegangen, auf Online und schnelles Spiel. Ja, ich komme. Aber schön, dass es so geklappt hat, Tauri, so schnell. Mhm. Ja, ja, ja. Kleiner Scherz am Rande. Tauri, kommst du noch auf uns? Das heißt, pass. Wo bist du hin? Bist du raus? Äh, ich muss ganz gut da was machen. Ja, ja. Nicht, dass es mal irgendwelche Russen da reinquatschen, wenn ich Voice-Chat aktiviert habe. Die werden so langsam ungeduldig. Minimal. Minimal. Wir wollen dich jetzt überhaupt nicht stressen oder so, aber die werden so langsam ungeduldig. Ich kann nichts dafür. FIFA ist zu langsam. Ja, auch witzig mit ein paar Russen. Stimmt. Ach komm, lass drin. So, wir sind jetzt alle fertig und werden mich gleich hassen. 34, 33. Ich mache so schnell, wie ich kann. Das wäre jetzt schon gut, jetzt haben wir schon fünf gegen fünf. So langsam. Aber, das wird es immer mehr. Ähm, 15 Sekunden. Ah, okay. Einfach nach links rüber, links. Oh, menu. Cool. So. Na, passt. Soll ich alle nehmen oder Torwart? Das überlassen wir vollkommen dir. Jetzt spielen wir zur vierten Nummer. Vier gegen fünf, okay. Ach. Torwart ist schon vergeben. Ach, herrje. Egal. Nächstes Spiel. Reingemacht? Ja. Ja, ja. Gut, dass du auch aufnimmst. Aber den zweiten zumindest. Ich habe es gerade nicht mitbekommen, dass der Zweiter war und dann zum Kode gepasst. Ja, dann passt er wieder. Na, Chelsea, hallo? Das heißt, wir drei und ein anderer. Proximo, ja. Hier, unten. Sorry. Passt schon. Passt schon. Ich war wieder mal auf dem Weg zurück. Aber schon war es schon zu spät. Also ich bin blau für alle, die es... Äh. Hände. Na, na, na. Ich bin in rot. Diesmal. Und Tori ist gelb, oder? Ja. Da haben wir wieder eine Nummer. Die grätscht doch gleich fröhlich. Ah. Schade. 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 Schade, schade. Ah, schön. Oh, okay. Schank, Crane. Ah, schade. Na, nie war zu klein. Ja, und der richtige Flankengott ist Rooney jetzt auch noch nicht. Also, nicht, dass er es nicht kann, aber... Nein. Und was ist deine Lieblingsmannschaft? Real Madrid. Ah, okay. Ja, die werden ja auch Meister in der spanischen Liga. Die sind schon Meister. In der Champions League halt gegen den deutschen Vertreter ausgeschieden, aber... Na gut, im Elfmeterschießen... Ja, 50-50-Shows. Eben. Ja, beide Goalies gut gehalten. Ja. Das Spiel war auch so eins, da hat es eigentlich keinen Verlierer verdient. Also... Und ich bin ja jetzt kein Pro-München... Ah, wieso? ...für Wörter, aber... Ja, komm schon. Bitte. Nein. Oh! Ach, ich bin ja... Er hat die Miete vom Publikum geschossen. Du musst das präzisieren bei mir, Tauri. Du musst das präzisieren, ich hab da keine Ahnung. Mitte Tor. Mitte Tor, Mitte Planken, oder... Oder mitten Meilenwertigem Abseits. Oh, Mann. Schön, schade. Weil einfach zu halten. Habahat ihn. Habahati. Was macht der dort? Oh, oh. Das wär's gewesen. Ja, ich glaub, er ist noch. Also, das ist so eine grobe Vermutung von mir. Hast du auch eine zweitliebste Mannschaft? Ähm... Bayern München. Oh, das heißt, das Halbfinale war ja ein Traum für dich. Das heißt, einer steht eh im Finale, oder? Ich muss ehrlich zugeben, ihr habt das Spiel nicht gesehen. Oh. Wie, das ist so, wie, das sieht man aus? Weil du es dir nicht anschauen konntest, oder? Gibt's ja auch. Ich hab' keinen Zeg gehabt. Ja, gibt's auch. Ja. Ich hab' grad' Stand. Okay, jetzt geht's. Ich hab' ja auch Stand. Ich weiß nicht, warum wir der gerade Freistoß gegen uns haben. Ich hab' eine andere weggeschoben, hast du den Ball genommen. Tja, passt doch. jetzt zu mal den Ball nicht gehen kurz ich habe auch den echt gut oh man 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 ich bin ziemlich offensiv ja doch noch mal Mitte wie ich habe leider ich habe gedrückt aber es war ich habe den Ball noch nicht gehabt er war zu weit jetzt schön sauber Kultus oder Ewe Kultus oder Ewe nicht dabei gewinnt die Leben ja warum sollte ich auch mal dieses seltene Vergnügen haben Prozent schön schön ich finde wir könnten aufhören Prozent Ups leider connection Probleme ja schade hast du eine zweitliebste Mannschaft Tragome eigentlich nicht wenn man so will nee ich bin da was war den hätte ich auch selber machen können das war ja war er war auch genau Prozent Prozent Maxi kurz machen ich schieß du hast du etwa von da hast du den Controller auf dem Tisch liegen oder warum hat es da gerade so wird schade sauber ich ich mach ihn rein komm er hat schön Oh Schade nein Ah! Oben! Oben! Ah! Das gibt's ja auch nicht! Besser kann ich in die ja nicht passen! Besser kann ich auch nicht schießen! Hättest wir ja auch raufspielen können! Echt! Vorher spiel ich ab, dann ist er auf Sides dann! So! Oh! Das war jetzt eigentlich andersrum geplant, aber gut! Spiel! Oh! Der kam witzigerweise, obwohl ich geschossen hab, an! Also gibt's bei dir ne zweitliebste Mannschaft neben Stuttgart? Eigentlich nicht! Oh! Oh! Ähm! Also ich... Nur Stuttgart! Das war die wahren Fans! Forever! Forever! Rüber! 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 Jetzt ist Abseits, ja! Leider! Waren bei dem Abseits, ja! Egal! Krass! Man United dem Abseits! Wer ist da gerade runtergefallen? Nicht vom Stuhl fallen hier! So! Kurs! Was macht der Torwart jetzt? Schon wieder! Rüber! 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 Muss ich das verstehen? Nächstes Mal bin ich im Tor, also! Rüber! Leute! Wer grätscht denn da? Das war ich mit Skill! ja ist toll wie ich gut, dankeschön danke danke für diesen schönen Ball ja die werden sich auch bedanken so, Skill also für einen Moment Teil Skill Love Forest ist auch schön nein oh, schade also, weil hat dich schon sämtliche Jay-Z-Leute auf mich gezogen ja Spiel kurz wo bist du? ach da, ja, ich seh dich Gilb gelb hihihi oh oh nein, Mann, ey hihihi nicht über den Weg laufen, bitte hihihi hihihi ja, aber ein nettes Spiechern bisschen ja hihihi hätte theoretisch 2-0 stehen können ja aber wie gesagt, der Elfmeter war nicht schlecht geschossen, also war leider auch gut gehalten streu nur noch mal Salz in die Wunde hihihi 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 wie heißt der Torjäger à er gegen uns es ist ein gutes Zeichen, wenn der Torjäger heißt hihihi hihihi Ja, die Connexion. Booyager. Okay, nicht Torjäger. Torjäger hat er auch nicht verdient, die Bezeichnung. Wie? Hab's da jetzt, oder? Nee. Ja, wo sind wir alle? Ich komm mit. Geil, wir haben noch. Dann kam ich. Gehabt. Ah, den hast du. Den hast du. Den hast du. Oh, schade. Nein, nein. Nach dem 10. Mal hin- und her-spielen war er dann im Abseits. Es könnte wieder 2 zu 0 stehen, verdammt. Der grüne Turmat. Ja, genau. Genau. Rossimo, sag ich da nur. Ja, Rossi sucht sein Glück. Abseits, ganz klar. Ja, krieg ich. Halb-Jay-Z liegt am Boden. Naja. Was? Das hätt' auch was geben können. Ja. Komm, kurz, 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 kurz. Man möcht's ihm schreien. Das blöde, sich tastenmerkende Ding da. Druckbar im Abseits. Die Druckbar. Druckbar. Der Dieder, wie ich ihn liebevoll nenne. Der Dieder. Ist es Dieder, Dieder, auf der Gang steht. Oh. Äh, Tor-Walz. Bleibst du drin. Bleibst. Skill-Wäh-Wäh. Ja. Schön. Knapp. Hust, Hust. Der Huse da. Ja. Das war schön, ja. Danke, Lampert. Danke, Lampert. Danke, Lampert. Danke, Lampert. Hier, links. Hier. Oh. Schade. Der wäre gut gewesen. Torwart. Ja, was macht der da vorne? Ja, wir haben immer so Homes dabei im Tor. Die im Sturm mitspielen wollen. Den würde ich kurz machen, genau. Oder auf Zeit spielen, das ist sicher auch eine gute Idee. Kannst du rüberstecken? Was? Jetzt. Wo passt der denn hin? Ja, sieht gut aus. Ja, ja. Yes. Give me virtual high five. Schön. Wie die alle verheulen. Gar nicht geschaut, ob Mufasa wieder mit dabei ist. Bei der Gegend. Verstehen nicht mehr englisch. Schuze gerade. Äh. Hallo? Spiritual Appearance Bye. Bist du noch da? Ich glaube, mikrofonmäßig hat er sich verabschiedet. Na ja, sind wir halt zu zweit. Das gewohnte Bild. Ich glaube, er spielt noch. Bumm. Bumm. Ja, genau. Hä? What? Was zum... Ja, nur gut. Ach so, ja, ja, sehe ich mich auch gut. Ja, sehe ich genauso. Na, schade. Ah, da bist du wieder. Ich habe kurzzeitig Besuch bekommen. Kam an. Nein. Nein, wer läuft mich denn da nieder? Äh, keine Ahnung. Oh nein. Ja, schön. Agro Torwart. Mach uns stolz. Oh nein. Ich habe die andere Taste gedrückt. Mann. Jetzt wird er nicht. Ripped off. Mag's nicht klappen. Klassischer Ripped off. Wieder mal. Tore? Schade. Schade, schade. Ja. Peter Check. Hehehe. Das war kein Body Check, nur so Peter Check. Hahaha. Hahaha. Hier, passt zu mir. Ja, ich bin frei. Ja, ja. Ja, ja. So, Agro Torwart. Ja, geh ruhig ins Mittelfeld, ja, ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, gut. So, abweißen. Geile Sache. Puh. Die werden sich jetzt schön in den Hintervallen. Ja. Hahaha. 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 Oh Gott. Unser Agro Torwart wieder. Ja, wenn ich mit Gott bin. Skill Baby. Wo war der Torwart? Spiel! Ja, stürm ruhig mit. Wo ist der Torwart bitte? Stürm ruhig mit. So. Rüber. Jawohl, und rein. Skill Baby. Hahaha. Wir haben alle drei ein Tor gemacht. Ich glaube, besser kann das Spiel nicht laufen, oder? Hahaha. Hahaha. Der war schön. Easy Goal. Ja. Klassik. Foul. Äh, okay. Gerade positioniere ich mich so schön. Pass. Ja, dann. Pass. Ach so, ja. Pass ist ein weitläufiger Begriff. Das ist ein andere Pass. Ach so. Nicht das zum Tschech-Pass. Der Tschechen-Pass war das. Der Peter-Check. Ja. Peter. Sehr schön. Ja. High Five. Zurück. Ja. 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 Dann check ich... Dann check ich nochmal... Peter check ich nochmal die Aufnahme. ob das so geklappt hat und sagt bis zum nächsten Mal Ciao